Die Beratung.de-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Am Anfang steht das Gespräch. Die Förster Steuerberatung hört Ihnen genau zu und stellt die richtigen Fragen. In aller Tiefe durchdringt das Team schnell komplexe Mandantenthemen. Das Ergebnis? Individuelle, klare Lösungsvorschläge. Das gilt erst recht für das Spezialgebiet der Digitalisierung. Sie ergänzt das Portfolio um systemunabhängige Schnittstellenberatung für effiziente, papierlose Datenströme. Dazu die Initiierung von Workshops zur Nutzung künstlicher Intelligenzen im Mittelstand. Die Förster Steuerberatung wurde mehrfach vom Handelsblatt als bester Steuerberater Münchens ausgezeichnet. Als Gründer der Innovatax Steuerberatungsgesellschaft ist sie Teil eines angesehenen Expertennetzwerks.